So Freunde, herzlich willkommen zum neuen Video. Ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich fragen, nicht am See, nicht in der Küche, nicht mal am Schreibtisch, was wird das? Ganz einfach, es sind noch 19 bzw. 20 Tage, bis es wieder losgeht mit einem täglichen Video. Leute, die mich jetzt schon länger abonniert haben, wissen, was jetzt kommt. Da ist es auch schon. Wir haben hier einen großen Karton und in diesem Karton befindet sich, wie jedes Jahr, ein Angeladventskalender. Ich freue mich schon mega den auszupacken. Der ist von Hecht und Barsch, Sportlich, vielleicht lasst mich mal kurz auf die Hecht und Barsch-Adventskalender. Ich packe euch wahrscheinlich den Link unten in die Beschreibung. Und dieses Jahrs Special 2021, es wird nicht bei dem einen bleiben. Nein, tatsächlich habe ich hier einen zweiten Adventskalender. Hier haben wir den MFB-Adventskalender Ultralight oder UL-Adventskalender, wie ihr es auch immer nennen wollt. Von MyFishingBox, Link ist unten in der Beschreibung. Mit UL-Sachen drin, also zum Ultraleichtangeln. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja, hier irgendwie so Zusatzchunk, Gewinnspiel, irgendwas ist dabei. Genau, also die beiden, die beiden Adventskalender sind für dieses Jahr. Das heißt, ihr werdet täglich zwei Sachen, also eine Sache jeweils aus, in den beiden Adventskalendern sehen. Ja, also, ich hoffe natürlich, ihr freut euch drauf, weil ich freue mich definitiv, euch den Inhalt dieser beiden Adventskalender vorstellen zu dürfen. Ich weiß natürlich auch, wie ihr vorher nicht was drin ist. Ist auch das erste Mal, dass ich von MFB und von Hecht und Barsch Adventskalender habe. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Sind auch etwas teurer, zugegebenermaßen. Aber man gönnt sich ja sonst nichts, wie viele Zusatzpflegen. Ne, ich hoffe auf doch qualitätsmäßig sehr hochwertige Sachen. Wie gesagt, renommierte Marken. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und ich hoffe, ihr seid das auch. Ich hoffe, ihr seid das auch. Ich hoffe, natürlich, dass euch die Videos dann gefallen. Ja, und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis zum nächsten Video.